Jetzt gibt's was fürs Herz. Die Heartbeat Technology der neuen Pro-Line 300-500 von Endres und Hauser. Die neue Pro-Line verfügt neben dem Diagnose- und Prüfkonzept jetzt auch über einen revolutionären HBSI-Parameter, der den Gesundheitszustand des Gerätes zweifelsfrei diagnostizieren und anzeigen kann. Durch das kontinuierliche Aufzeichnen des Verlaufs kann der optimale Zeitpunkt für den Austausch ermittelt werden. Damit sowas hier gar nicht erst passiert. Sie kennen das ja aus der Waschmittelwerbung. Waschmaschinen leben länger. Naja, Sie wissen schon was ich meine. Die neue Monitoringfunktion der Pro-Line 300-500 ermöglicht genau die vorhersehende Wartung, die man sich seit vielen Jahren wünscht. Das vermeidet Anlagenstillstände und reduziert Wartungskosten. Natürlich können die Geräte und Prozessdiagnose-Werte jetzt auch ganz einfach und schnell über WLAN in die Cloud transportiert und zur weitergehenden Prozessoptimierung mit anderen Geschäftsprozessdaten kombiniert werden. Kurzum, das Heartbeat Technology Konzept macht Ihre Prozesse sicher, minimiert den Prüfungsaufwand und ermöglicht erstmals echte vorausschauende Wartung. Einfach clever und fit für die Zukunft heißt also auch Zeit und Geld sparen im Anlagenbetrieb. Und wer will das nicht? void. . Untertitelung des ZDF für funk, 2017